Wir erklären die Baugruppen von Pflitsch. Das ist Martin. Er ist Techniker und hat gerade eine neue Maschine aufgebaut. Jetzt muss er noch alle Kabel anschließen und so verlegen, dass sie geschützt sind. Das ist sehr zeitaufwendig und kostet zusätzlich personelle Ressourcen. Am liebsten hätte er jemanden, der die Planung und Umsetzung für ihn erledigt, damit er sich auf seine Kernkompetenz fokussieren kann. Zum Glück gibt es da Pflitsch. Die bieten von der Beratung über die Planung und Konfektionierung von Kabelkanälen bis hin zur Endmontage alles aus einer Hand. Für Martin klingt das vielversprechend und er will mehr erfahren. Thorsten ist Produktmanager bei Pflitsch und erklärt Martin, dass an erster Stelle eine ausführliche technische Beratung steht. Dabei werden die nötigen Anforderungen der Kanalverläufe bestimmt, damit diese vor Ort perfekt montiert werden können. Dazu erstellt Thorsten gemeinsam mit Martin eine Handskizze, worauf der Streckenverlauf des Kabelkanals festgehalten ist. Bei der anschließenden Planung nutzt Thorsten diese Handskizze als Grundlage, um im sogenannten Easy Route den Kanalverlauf nachzubauen. Die benötigten Komponenten lassen sich hier speziell auf Martins Anforderungen zusammenstellen. Danach wandelt Thorsten die CAD-Zeichnung in eine systemneutrale Datei um und schickt diese zusammen mit der Stückliste an Martin. Mit diesen CAD-Daten kann Martin anschließend prüfen, ob der Kanalverlauf genau zu seiner Maschine passt. Ist das der Fall, bestätigt er den Auftrag und Thorsten beginnt mit der Fertigung. Dazu werden die benötigten Bestandteile produziert und als Baugruppe fertig zusammengesetzt. Dann erfolgt die manuelle Endkontrolle, bevor die Teile als vormontierte und transportfähige Einheiten verpackt werden. Und als letztes sorgt Thorsten für die Belieferung und Montage der Baugruppe bei Martin vor Ort. Dieser ist von der Zusammenarbeit mit Flitsch begeistert. Er hat mehr Zeit, sich auf seinen Job zu konzentrieren und muss keine Teile mehr nachbestellen oder mühsam selbst anpassen. Und selbst Martins Kollegin aus dem Einkauf ist erfreut. Sie hat nur einen Kostenblock abzurechnen. Die Planbarkeit ihrer Bestellungen hat sich deutlich verbessert und auch die internen Personalkosten sind gesunken. Wenn auch Sie unsere Dienstleistungen aus erster Hand erleben wollen, besuchen Sie uns auf flitsch.de